We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Hallihallo Hallöschen, liebe Facebook-Freunde. Wieder Video-Deal-Zeit. Heute kein Info-Deal, Video-Deal. Wir haben einen super Posten geschossen, nämlich Haushaltsware. Und zwar, guck mal hier, Pfannen, Töpfe und zwar nicht irgendwas, sondern vom Allerfeinsten. Guck mal hier, aus Solingen. Von der Firma Karl Schmitt & Sohn. Wenn wir ein bisschen weiter gehen, guck mal, haben wir nämlich richtig schöne Sachen. Alles Töpfe, Pfannen und so weiter. Ganz geile Ware. Und zwar reden wir heute über ein Schnellkoch-Topset. Guck mal, Karl Schmitt & Sohn. Für alle die, die nicht wissen, was das ist, einfach mal bei den Suchmaschinen eingeben. Das ist ja ganz einfache Geschichte. Schnellkoch-Topset. Zweier-Set. Ein Achter und ein Vierer. Also zwei Stück. Wer sieht, ist mit dabei. Deckel ist mit dabei. Guck mal hier. Und es gibt natürlich, was auch immer schnell verloren geht, Ersatzdichtungen. Gibt es mit dabei. Die verliert man immer mal. Die gehen immer mal kaputt. Die Hausfrauen wissen das. Und weil sich immer so viel beschwert wurden, mach doch mal was hier mit Töpfe und Pfannen. So, einmal drauf und zu. So, geht übrigens für beide. Geht klein und groß. Man kann also hier für beide Kochtöpfe das machen. Man kann auch beide ganz normal benutzen. Was man auch mal sieht, wir reden hier von einer... Aua! Richtig böse, schwere Qualität. Also nicht irgendwie so ein Kladder... Kriegst du auch nicht gebogen, so ein Kladderadatsch. Also das kann man auch richtig benutzen. Richtig schwere Ware. Und wie gesagt, Schnellkochtöpfe hier einmal rechts, einmal links und zack, ist er zu. Den kleinen oder den großen. Auch die schwere Qualität. Also das ist schon mal... Das ist schon mal ein Topf. Ja, da kann man schon mal drin kochen. Fünf Liter und Schnellkochtöpfe. Der Hammer. Ich mache Ihnen heute einen Sonderpreis. Und zwar machen wir heute für das ganze Set. So ist es verpackt. Kostet normalerweise, ich glaube im Internet, 149 muss man es finden. Wenn Sie Glück haben, finden Sie es für 99 Euro. Ich mache Ihnen heute mal 55 Euro. 55 Euro. Beide zusammen. Aufkleber drauf, Abfahrt zu Ihnen. Und ist mit Sicherheit noch vor Weihnachten da. Okay? Einen Verstandskosten-Schmerz-Lindernsbeitrag gibt es natürlich auch immer. Passend dazu. Was kann es bloß sein? Ein Echt-Keramik-Messer. Und zwar nicht ein beschichtetes Keramik-Messer. Das ist so. Echt-Keramik-Messer. Und das Ding ist so brutal scharf. Guck mal hier runter. Da können wir dir den Finger mit abschneiden. Also das ist schon brutal scharf. Wenn du damit abrutschst, dann war es das. Also zum Rasieren kann man das benutzen zum Beispiel. Echt-Keramik. 4,99 Euro kostet das normalerweise. Das gibt es gratis, kostenlos, umsonst. Mit ins Paket. Oben drauf und mit dabei. Jetzt oben und hinten vorne klicken. Ach so, und bitte nicht vergessen. Das Gewinnspiel mit dem Weihnachts-Selfie ist noch im Gange. Ich werde unten drunter auch gleich mal ein paar Bilder posten von ein paar Kunden, die schon Bilder geschickt haben. Wir haben schon brutal gelacht, was da geschickt wurde. Wirklich super, super, super. Und danke an alle, die die mitmachen. Schickt euer Weihnachts-Selfie. Reicht ja einfach hier so. Zack, Selfie machen. Und dann schicken. Und schon kannst du super, super Preise gewinnen. App runterladen. Rambazamba App in allen Stores. Und mitmachen. Ciao und viel Spaß beim Bestellen. Das war's.